Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Informationsvideo zu meiner Interviewserie. Der L-Kommandante Commander Krieger war zwar bereits auf dem heißen Stuhl von mir, allerdings haben jetzt viele immer danach gefragt, ob ich ihn interviewen könnte. Habe ich zwar bereits, allerdings ist es länger her und da hatte ich auch mein altes Headset und das war auch von der Tonqualität her nicht ganz so toll. Und ja, da habe ich mich jetzt mit CK mal kurz geschlossen, wie es dann ausschaut, ob wir so ein Interview reloaded machen. Ja, er hat eingewilligt und von daher würde ich sagen, stellt all eure Fragen in die Kommentarbox und schaut bitte auch, dass ihr nicht 10.000 mal einer die Frage stellt. Seid ein bisschen kreativ und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Interview. Bis dahin, tschüss!